Musik Diesmal geht es um den A-Stern-Algorithmus. Ein sehr beliebter Algorithmus, wenn es darum geht, Wege in einer Straßenkarte zu finden, sprich im Navigationssystem oder auch darum, wenn Charaktere in einem Commuter-Spiel irgendwelche Bots zwischen Start und Ziel, irgendwelche Wege finden müssen. Aber auch andere Anwendungsszenarien gibt es natürlich mit dem A-Stern. Ganz wichtig in diesem Bereich, der A-Stern baut auf dem Dijkstra-Algorithmus auf. Also die Videos zum Dijkstra solltet ihr vorher gesehen haben und ihr solltet wissen, wie der Dijkstra funktioniert, ansonsten jetzt nochmal ansehen, bevor es hier weitergeht. Wie gesagt, baut der Algorithmus auf dem Dijkstra auf. Der einzige Unterschied ist eigentlich der, dass der Dijkstra immer nur in die Vergangenheit zieht, also wie weit bin ich schon gegangen und der A-Stern jetzt auch noch eine Heuristik hat und eine Heuristik ist nichts anderes als ein Hinweis, eine Abschätzung des noch zu gehenden Weges. Mehr ist es erstmal nicht. Aber fangen wir vorne an. Ich habe hier mal eine Landkarte von OpenStreetMap rausgesucht, beziehungsweise einen Screenshot gemacht und zwar von Linz oder einem Teil von Linz. Und angenommen, wir haben hier irgendwo einen Start und irgendwo ein Ziel und der Dijkstra-Algorithmus geht jetzt her, also unser Graph ist die Straßenkarte, jede Kreuzung ist ein Knoten, jede Straße sozusagen ist eine Kante. Und diese Straßenkarte jetzt, wenn wir von Start nach Ziel wollen, dann geht der Dijkstra-Algorithmus hierher und sagt, okay, zu diesen Knoten, wie weit bin ich jetzt schon gegangen, wie weit muss ich zu diesen Knoten gehen und sagt, okay, diese Knoten bekommen einen bestimmten Wert. Eben zum Knoten plus Vergangenheit. Und dann, wenn er entscheidet, welchen Teil des Graphen muss er als nächstes ansehen, also welche Abzweigung analysiert der Algorithmus genauer, dann geht der Algorithmus her und nimmt diesen mit dem bisher günstigsten Verhältnis, also den günstigsten Weg, den kürzesten Weg bisher. Der Effekt ist, dass der Dijkstra-Algorithmus ungefähr so sein Ziel findet. Das ist natürlich nicht sehr genau, aber von der Idee her gehen ja relativ viele Umwege. Der Dijkstra-Algorithmus, der sieht auch ganz weit nach Ur vorüber, wobei das sicher weit weg ist vom Ziel. Er geht also eher so radial vor. Was macht der A-Stern jetzt anders? Der A-Stern geht nicht nur her und sieht sich an, wie weit geht es zum Knoten, sondern er sagt auch noch, okay, wie weit, glaube ich, habe ich von hier noch ins Ziel. Also die Schätzung zum Ziel ist beim A-Stern auch noch dabei und das ist das Gewicht, nach dem dann sortiert wird und entschieden wird, welcher Teil des Graphen weiter durchsucht wird. Diese Schätzung macht es aus, die diesen Algorithmus signifikant effizienter macht. Von der Laufzeitkomplexität von O-Quadrat kommen wir hier runter auf N-Log-N. Also von N-Quadrat auf N-Log-N. Ja, der Zwischenquadrieren und mit dem Logarithmus multiplizieren ist doch ein grober Unterschied. Aber auch der A-Stern geht manchmal natürlich in Grafenteile rein, die gar nicht so relevant sind, aber es sind natürlich signifikant weniger. So, dann sehen wir uns das mal an. Hier nochmal irgendein Detail aus Linz, wo wir auch mal die Kanten und Knoten in so eine Straßenkarte einzeichnen und diese auch ungefähr mit Gewichte belegen. Die Gewichte bitte sind nicht maßstabgetreu, aber man kann sagen, okay, die 30 dort oben sind ungefähr 300 Meter. Alle anderen sind mehr oder weniger an diesem Wert angepasst. Also, bitte nicht nachmessen. Gut, blau ist unser Start und die Nummer 8 und die Nummer 22 unser Ziel, wo wir hinwollen. Ja, und was würde der Deichstra jetzt machen, wenn wir hier so einen kleinen Teilausschnitt nehmen, würden wir sagen, okay, der Knoten 12, den erreichen wir über das Gewicht 20 und den Knoten 13. Wenn wir noch 9 dazu addieren zu den 20, die wir schon gegangen sind, bekommt die 13, den Wert 29. Und der Deichstra würde auch auf die Idee kommen, über diesen Weg zu gehen und nicht über den Knoten 7 zu gehen, denn hier hätte er den Wert 36. Das heißt, er nimmt die Vergangenheit her und sagt, okay, wie weit bin ich gegangen und demnach entscheidet er, wie er dann auch weitergeht. Der Unterschied zum A-Stern ist jetzt, dass der Knoten 12 nicht den Wert 20 bekommen würde, sondern wenn er auch schätzt, okay, ich habe noch ungefähr Luftlinie von 30, dann würde dieser Knoten 12 den Wert 50 bekommen. Ja, und der Knoten 13 würde den Wert 61 bekommen, wenn er schätzt, wir haben hier noch ungefähr 32 Luftlinie. Wichtig bei dieser Schätzung ist, die Schätzung muss natürlich konstant sein, ich muss immer die gleichen Metriken anwenden, irgendwo, aber ganz, ganz wichtig ist, es muss eine Unterschätzung sein. Keinesfalls dürfen wir den Weg überschätzen. Also wir dürfen drunter liegen, wir dürfen aber nicht drüber liegen. Daher ist so etwas wie die Luftlinie gar nicht so schlecht, wenn es um Straßenkappen geht. Auch spannend beim A-Stern, wie schnell dieser ist und wie häufig dieser einen Irrweg geht, hängt natürlich damit zusammen, wie genau die Schätzung ist. Also wichtig, ganz wichtig, unterschätzen. Aber je näher es an der Realität liegt, umso eher geht der Algorithmus einen Irrweg. Okay? Das war es auch schon. Also, Bishering plus Schätzung, das ergibt einen Wert je Knoten und wir sehen uns immer diesen Knoten als nächstes an, der, wenn wir diese beide addiert haben, den geringsten Wert hat. Und so kommen wir schneller ans Ziel. Vielleicht nochmal zurück, diesen Graphen screenshoten, dann könnt ihr das jetzt mit Dijkstraum und oder auch A-Stern nachprogrammieren. Viel Spaß dabei! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da!